Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video zum Battle of AI. Ja, für viele von euch ist es gar nicht mehr neu. Das Ganze ist nämlich jetzt auch schon ungefähr ein Jahr her und ein Jahr ist eine verdammt lange Zeit. Es ist nicht ganz ein Jahr, aber trotzdem fast. Oder ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall, das Battle of AI ist folgendes. Ihr könnt hier eine Künstliche Intelligenz, zu Deutsch KI, auf Englisch Artificial Intelligence, also AI, daher der Name, könnt ihr antreten lassen gegen andere. Das heißt, ihr habt Minispielchen, wie zum Beispiel Schach könnte vielleicht noch dazukommen oder Go, was echt heftig ist. Aber ja, also aktuell gibt es ein Spiel, aber man kann es natürlich wunderbar easy erweitern hier. Und das werde ich auch tun. Und da könnt ihr dann eure Künstlichen Intelligenzen gegeneinander antreten lassen. Das hatten wir schon mal gemacht. Das Problem ist allerdings gewesen, dass ihr mir die KIs geben musstet sozusagen. Und ich musste die gegeneinander antreten lassen und habe dann daraus quasi den Sieger jeweils ermittelt. Dazu haben wir ein Live-Event gemacht. War ganz cool. Hat auch Spaß gemacht. Ist aber natürlich eher unpraktisch, weil jetzt habt ihr mehr oder weniger fast ein Jahr lang nichts vom Battle of AI gehört. Deswegen möchte ich da eigentlich euch die Chance geben, auch so mal gegen eure Freunde oder sowas antreten zu können. Also das heißt, ihr könnt sagen, hey, ich spiele jetzt eine Runde und jetzt und nicht irgendwie in einem Jahr oder sowas. Und ich kann Bestenlisten generieren. Wir können dann immer noch ein Live-Event machen oder sowas. Aber das ist eigentlich so der Sinn der Sache, dass wir hier eben das Ganze flexibler gestalten für euch. Okay. So, jetzt, was ist das hier? Warum brauche ich jetzt hier für eine Künstliche Intelligenz eine Webseite? Verstehe ich nicht. Das ist eigentlich jetzt der große neue Part daran. Denn Multiplayer-Spiele, wie ihr vielleicht wisst, laufen normalerweise über einen Server. Das heißt, ich muss nicht von euch, also von zwei Leuten, die Künstliche Intelligenz haben und lasse die gegeneinander antreten, sondern der Server macht das für euch. Für den Server ist allerdings wichtig, dass ihr keinen Code von euch ausführen könnt. Das wäre relativ gefährlich. Und deswegen musste ich da natürlich ein bisschen Magie betreiben. Nee, ich habe einfach eine API geschrieben. Und da könnt ihr jetzt mehr oder weniger eure Züge hinschicken. Ihr könnt Spiele erstellen. Dazu kommen wir gleich noch. Das Ganze ist als Let's Code entstanden. Das heißt, zu dieser kompletten Webseite mit allem Drum und Dran werdet ihr Videos bekommen, wie ich da rangegangen bin. Also ich habe mir vorher wirklich quasi gar keine Gedanken gemacht. Ich habe es zumindest probiert und habe dann alles in den Videos festgehalten, damit ihr auch mal so meine Vorgehensweise bekommt. Und wie ich jetzt an so ein Projekt rangegangen bin, das soll euch da auch ein bisschen noch helfen bei euren eigenen Projekten. Hoffe ich zumindest, dass es das tut. Und ja, ganz kurze Übersicht, was es mittlerweile alles gibt. Also ihr könnt natürlich hier den kompletten Code auf GitHub erstens mal angucken, logischerweise. Aber es gibt ihn auch im Let's Code. Kommen wir gleich noch zu diesem GitHub dazu. Man kann aktuell nur Core spielen, weil ich noch nicht mehr implementiert habe. Weil ich natürlich auch nicht irgendwie 100 Videos nur Let's Code raushauen möchte. Es sind aktuell irgendwie knapp 60, glaube ich. Und das ist schon echt verdammt viel. Ich muss mal gucken, wie ich die veröffentliche. Für die Patreon-Supporter stehen die natürlich, sobald ich sie irgendwie vereditiert habe, stehen die absolut zur Verfügung. Für euch, also YouTube ganz normal, muss ich mal gucken, wie ich die veröffentliche. Weil wenn ich irgendwie 60 Tage hintereinander jeden Tag nur Battle of AI Let's Code veröffentliche, ist das natürlich eigentlich kein Tutorial in dem Sinne, sondern halt ein Let's Code. Das ist schon ein Unterschied. Da müssen wir mal gucken, wie ich das mache. Aber ja. Also man kann aktuell Core spielen, ist von Anthony entwickelt worden. Ihr könnt hier einfach auf sein GitHub gucken und da steht auch eine Erklärung, wie das Spiel funktioniert. Ganz kurze Zusammenfassung. Wenn ich jetzt hier einen weißen Stein hinsetzen würde, würde der Schwarze zu einem weißen werden. Er würde sozusagen konvertiert werden. Und darum geht das Spiel. Wer am Ende die meisten Steine hat, also es gibt natürlich noch mehr Regeln, aber wer am Ende die meisten Steine hat, der gewinnt das Ganze. So. Und ja, das ist eigentlich auch schon so ziemlich alles. Ich komme hier gleich nochmal zurück. Das hier ist das Repo. Und hier findet ihr im Endeffekt alle Informationen, die ihr so braucht. Ja, wir haben hier, das ist wahrscheinlich auch die wichtigste Datei für euch. Wir haben hier eine Core Stupid Demo AI, beziehungsweise ist im Repo quasi drin. Und ihr könnt hier einfach euch angucken, wie das Ganze funktioniert. So könnt ihr gerne machen. Aber im Endeffekt müsst ihr nur die Turn-Funktion editieren und euren Benutzernamen und Passwort hier eintragen. Achtung, die sind logischerweise nicht echt. Den Account gibt es nicht. Den Account gab es bei mir lokal, aber jetzt logischerweise online nicht mehr. Wenn ihr irgendwie mal Code auf GitHub pusht, also eure Künstliche Intelligenz vielleicht veröffentlichen wollt, dann achtet auf jeden Fall darauf, dass das Passwort hier nicht mehr drin steht. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Sonst kann jeder auf euer Konto Zugriff haben. Okay, ja, und dann müsst ihr eigentlich nur noch hier diese Turn-Methode editieren. Alles andere wird für euch ja gemacht. Also neue Spiele werden erstellt, wenn es kein offenes mehr gibt. Dann, ja, ihr könnt Games wieder joinen. Das heißt, wenn irgendwie ihr ein Spiel verlassen musstet, weil irgendwie das eine Stunde oder so was hat euer Gegner nichts gemacht, dann könnte ich hier trotzdem einfach sagen, hey, ich probiere es nochmal und ja, solche Sachen könnt ihr natürlich machen. Okay, aber ihr könnt das Ganze natürlich auch so umschreiben, wie ihr wollt. Aktuell ist die Demo-AI einfach nur so doof, dass sie halt auf das nächste freie Feld setzt und das war es dann. Wenn ihr einen ungültigen Zug macht, das muss ich gleich sagen, dann habt ihr verloren. Das ist einfach so und wird auch so bleiben. Das ist von mir beabsichtigt. So, was jetzt allerdings noch neu dazugekommen ist, ihr könnt euch eure API, oder was heißt eure, die API könnt ihr euch direkt mal angucken. Ah, ja, natürlich könnt ihr das nicht. Beziehungsweise ich kann es gerade nicht, weil dieses, ja, also das ist von Flask erstellt, das habe ich nicht selber erstellt. Das wird automatisch generiert und das benutzt offensichtlich unsichere Scripts, was ich ein bisschen doof finde, ehrlich gesagt. Aber kann ich leider nicht ändern. Aber ihr könnt euch hier die API angucken und da werden auch keine Daten oder sowas übermittelt, das ist alles safe. Und wenn ihr die API benutzt, ist das Ganze auch HTTPS, keine Sorge, das ist wirklich nur für das JavaScript, was das hier generiert quasi. Und das ist, ja, immer noch sehr doof, aber ist leider so, kann man nichts dran ändern. Ähm, ja, ihr seht hier, man kann zum Beispiel Spiele anfragen, das heißt, ihr seht hier, ich kann ein Spiel mit der ID, äh, ich kann alle Spiele anfragen. Dann bekomme ich einfach eine Liste aus allen Spielen raus. Ihr könnt das Ganze auch ausprobieren, einfach ausführen und go. Ähm, und, ähm, hier Execute müsste ich vielleicht noch drücken. Und wir sehen hier, die Antwort ist aktuell leer, weil es einfach noch keine Spiele gibt. Ich bin der einzige Mensch, der sich da registriert hat, glaube ich, ähm, mittlerweile oder momentan noch. Aber das wird sich jetzt hoffentlich ändern. Und, ähm, ja, hier seht ihr dann quasi die Antwort immer vom, vom Server. Aber ihr könnt das Ganze auch über normales Python ausführen, was eben auch hier diese, diese Core Stupid Demo AI gemacht hat. Einfach Code ausführen und dann zum Beispiel einen Get-Request hierher schicken. Das steht hier, Get und dann hier einfach Slash Games, also quasi, ähm, games.battleof.ai.net slash API slash Games. Und dann bekommt ihr das hier zurück, weil es aktuell eben noch keine Spiele gibt. Ansonsten würdet ihr eine Liste mit IDs zurückbekommen. Ihr könnt über Post einfach ein neues Spiel erstellen. Zumindest aktuell habe ich das noch offen gelassen. Ähm, das muss ich mir noch überlegen, wenn da jetzt einfach jeder eine Million Spiele erstellt und niemand spielt diese Spiele, dann werde ich die natürlich irgendwann mal limitieren, dass man nur noch irgendwie ein Spiel pro Tag machen kann oder sowas. Ich behalte mir natürlich auch vor, die Spiele irgendwie mal zu löschen, falls irgendwas passiert oder sowas, ähm, also falls der Server überlastet ist oder sowas. Das muss ich jetzt mal gucken, das ist wie gesagt ein Test, ob ihr euch sozusagen an die guten Konventionen haltet oder ob das Ganze einfach völlig abused wird. Das weiß ich natürlich nicht. Ich hoffe, dass es klappt, aber die Erfahrung zeigt meistens, klappt es eigentlich eher nicht. Einer ist dann dabei, der das Ganze irgendwie bösartig macht und ja, da muss ich dann natürlich irgendwie Maßnahmen ergreifen. So, ähm, ihr könnt ein einzelnes Spiel relativ genau auslesen, indem ihr hier einfach über die ID geht, also einfach get und dann slash games slash ID, also zum Beispiel 0 oder 1 oder sowas. Dann bekommt ihr Informationen zu dem kompletten Spiel. Ähm, das bedeutet, ihr habt hier eben die Spieler-IDs drin, also zum Beispiel, ähm, Spieler 0 und Spieler 1, wenn es ein Zwei-Spieler-Spiel ist. Das ist aber flexibel hier. Das heißt aber, hier stehen nur die Spieler-IDs. Hier steht nicht irgendwas anders drin. Hier steht nicht drin, was für eine E-Mail-Adresse, was für einen Benutzernamen oder sowas, sondern nur die IDs und die sind eigentlich, ähm, ja, anonym. Dann, ähm, der gewinnende Spieler steht da drin, eventuell, falls es einen gibt. Ähm, es steht drin, wie viele sich noch registrieren können. Ist übrigens alles noch genauer definiert, dann hier unten. Könnt ihr gerne mal nachlesen. Also, zum Beispiel hier eben, ähm, über das Model können wir hier auch draufklicken. Hier steht dann drin, ID, the ID of the game, winning player, the user ID of the player who won the match, not used if match not over. Ähm, dann eben Open Slot, also, ähm, zum Beispiel, wie viele Spieler noch joinen können. Game State, entweder waiting, started, aborted oder finished. Game Name, dann zum Beispiel hier Core, check wäre Schach. Und Active Player, äh, user ID of the player, also der Spieler, der quasi gerade dran ist. Und, ähm, ja, History ist ein bisschen komplexer. Ähm, History beinhaltet einfach mehrere Boards. Und zwar alle Boards, die es während dem Spiel gab. Das brauche ich, damit ich das Ganze darstellen kann. Werdet ihr auch noch sehen. Und dann natürlich während dem Let's Go Turn und so weiter und so fort. Also, ihr könnt euch das Ganze einfach mal durchlesen. Hier ist eben Make Turn beschrieben, also wie man einen Zug macht. Und dazu müsst ihr euch eben auch eingeloggt haben. Dazu braucht ihr eine ID, eure User ID und euer Token. Das ist nicht Benutzernamen, Passwort, das ist was anderes. Und dann eben euren Turn. Also, das Ganze ist in der Demo AI auch alles für euch schon gemacht. Aber eben dieses Login, Logout und so weiter. Also, ähm, erstmal diese Spiele, die ich hier gerade definiert oder gesehen habe, die sind im Game Microservice beschrieben. Könnt ihr euch auch gerne einfach mal durchlesen. Hier ist alles beschrieben. Äh, könnt ihr euch selber hosten. Also, einfach mal bei euch laufen lassen, wenn ihr Bock drauf habt. Alles kein Problem, könnt ihr machen. Ähm, und dann natürlich das Account Management ist auch da. Hier ist jetzt einfach, ähm, festgelegt, ähm, wie die User sich einloggen können und so weiter und so fort. Also, da haben wir dann auch hier nicht mehr Games.BattleofAI.net, sondern IAM.BattleofAI. Also, wir haben quasi zwei, ähm, zwei Microservices, die was tun. Hier können wir auch eben, also, wir können das Passwort vergessen, ähm, wir können eben den Benutzer auslesen. Allerdings brauchen wir da, ähm, sowohl Token als auch Session Tokens. Das ist quasi sowas wie ein Passwort. Ähm, wir können uns einloggen und das machen wir eben mit Username und Passwort. Ganz normal. Wir können uns registrieren, wir können Token refreshen, wir können unser Passwort zurücksetzen, wir können den User updaten, wir können Token validieren und wir können unsere E-Mail verifizieren. Also, das Ganze ist ein relativ ausgefuchstes Konzept, ähm, was ich euch jetzt hier auch gar nicht alles erklären möchte. Ähm, ihr könnt euch gerne selber einen Überblick drüber schaffen, hier einfach im Repo nachlesen und so weiter. Und, ähm, eben dann, ja, hier Code lesen oder eben das Let's Code dann einfach gucken, sobald es rauskommt. Einfach mal, ja, schauen. Ansonsten könnt ihr euch, wie gesagt, hier einfach registrieren und, äh, achtet darauf. Genau, das habe ich, soll ich vielleicht noch erzählen oder erwähnen, dass man hier ein Passwort wählen muss, das sowohl Sonderzeichen als auch, ähm, Zahlen enthält und Groß- und Kleinschreibung. Das heißt, wenn ihr hier nicht euch irgendwie, äh, einloggen oder registrieren könnt und das Ding rot hinterlegt wird, dann ist ja ganz klar, woran das liegt. Ähm, nee, das, also wie gesagt, die, äh, die, das Visuelle ist nicht unbedingt meine Stärke, möchte ich damit ausdrücken. Ähm, das sollte ich vielleicht nochmal überarbeiten, aber wie gesagt, ich wollte es auch möglichst kurz halten. Ich will euch nicht jetzt irgendwie mit 20 Episoden zusätzlich zu diesem Let's Code nochmal langweilen, wo ich dann irgendwie mit dem Style rumspiele oder sowas, sowas würde ich dann eher mal so nebenbei machen. Ähm, und ihr könnt auch gerne selber einfach sagen auf GitHub, hey, hier, fang die Scheiße, mach mal bitte anders. Ähm, ja, und dann einfach selber Code pushen oder Pullen, besser gesagt, ähm, beziehungsweise einen Pull-Request machen. So, ähm, ihr könnt euch dann natürlich auch hier einloggen. Jetzt, warum sollte ich mich hier nochmal einloggen? Ganz einfach, ich zeig's euch mal. Ähm, sieht dann folgendermaßen aus. Ihr habt hier nämlich eine Übersicht über eure bisherigen Spiele, logischerweise in meinem Fall keine. Also, die Seite erfordert schon so ein bisschen Knowledge, glaube ich, also so ein bisschen Wissen im Hinterkopf, was da eigentlich so gerade passiert, ist ganz klar. Aber, ähm, das erwarte ich auch einfach, weil ihr sonst überhaupt nicht mit Battle of AI klarkommen würdet. Und deswegen habe ich mir jetzt hier ehrlich gesagt auch nicht Gedanken über den, äh, DAO gemacht. Also, den dümmsten möglichen User sozusagen. Ähm, muss ich sagen, habe ich hier jetzt ein bisschen vernachlässigt, weil ich davon ausgehe, jeder, der diese Seite hier benutzt, der kann auch eine KI schreiben. Der hat ein bisschen Ahnung von IT zumindest. Ähm, ihr habt hier eben Statistiken. Aktuell keine Statistiken, weil ich 0-0 stehe. Ich habe kein Spiel bisher gespielt. Wir haben ja auch noch überhaupt keine Spiele in der Datenbank. Und wir haben hier Settings, ähm, wo ihr eben eure E-Mail updaten könnt. Euer altes Passwort müsst ihr einfach eingeben. Und dann eben neues Passwort. Ihr könnt Newsletter beantragen und so weiter und so fort. Halt die üblichen Sachen. Also, mehr eigentlich nicht. Ähm, relativ simpel gehalten, weil, wie gesagt, das Eigentliche geht über die Demo, über die AIs. Und, ähm, die spielen ohne die Website zu benutzen. Die benutzen die APIs. Das heißt, dieses Frontend hier, diese, ja, diese Webseite, die ist eigentlich eher zweitrangig. Die soll bloß neue Leute abholen, damit die wissen, was gerade so passiert. Das versuche ich auch eben mit diesem Video jetzt gerade zu machen. Aber das Eigentliche Wichtige passiert eben hier im Sourcecode, den ihr dann einfach mit Python bei euch startet. Und das war mein Telefon. Sorry. Ähm, ja, also im Endeffekt ist das hier wirklich nur zum neue Leute abholen, damit die auch verstehen, was passiert. Damit ich auch eben sowas haben kann, wie ich hier eben Privacy Policy, Terms of Use und sowas, damit ich hier eben auch zeigen kann, hier Impressum und so weiter und so fort. Für Fragen oder so, falls irgendwelche Probleme auftreten. Dafür ist das Frontend eigentlich gedacht, weil ich muss natürlich das auch irgendwo angeben. Und wenn ich das einfach nur hoste, die API und ihr spielt dann lockerlässig, registriert euch vielleicht auch. Ähm, ja, das ist natürlich dann so ein kleines Problem, weil mittlerweile muss man in Deutschland so ziemlich alles angeben. Ihr könnt euch auch gerne mal die Privacy Policy durchlesen. Aber ich meine, also selbst das Frontend hier, selbst die Webseite ist komplett Open Source, also in der Frontpage einfach drin. Guckt euch da an, was mit den Cookies passiert, was mit irgendwelchen, äh, Daten passiert. Das ist halt der Vorteil, es ist halt wirklich Open Source. Das Einzige, was nicht Open Source ist, ist das Passwort für die Datenbank, ja, und das Passwort für die E-Mail. Also solche Passwörter halt sind nicht Open Source, wer hätte es gedacht. Aber ansonsten ist eben alles da. Das heißt, ihr könnt euch da auch sehr, sehr gerne, äh, mal umschauen, was dann tatsächlich passiert. Ich denke, das sollte als Privacy Policy schon durchgehen. Ähm, dass man da wirklich eins zu eins genau weiß, was passiert, weil ich euch quasi sogar den Source Code erkläre, während ich ihn code. Ähm, ja, gut. Aber soviel dazu, ähm, in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim AIs erstellen, falls es Probleme gibt. Ähm, gilt das natürlich auch für euch. Hier unten sind diverse Kontaktmöglichkeiten. Also hier über YouTube könnt ihr mir Nachrichten schicken. Ne, halt, Nachrichten haben sie abgeschafft. Ihr könnt mir aber Kommentare schicken, auf die antworte ich eigentlich, sofern ich kann immer. Ähm, ihr könnt über Twitter irgendwelche Tweets schicken, wobei da ist Bugfixing verdammt schwierig. Versucht es am besten woanders. Ihr könnt mir über Facebook Nachrichten schicken. Ihr könnt mir über GitHub Issues schicken oder Pull Requests schicken. Ihr könnt über Patreon mir Nachrichten schicken. Ähm, ihr könnt über Discord einfach mal nachfragen, ob jemand anders auch ein ähnliches Problem hat. Und uns da drüber fixen vielleicht. Und, ähm, ihr könnt, gut, okay, das ist eher, äh, zu mich unterstützen. Amazon, PayPal und Patreon ist natürlich auch zu mich unterstützen. Wäre cool, wenn ihr es macht. Ähm, wie gesagt, der Server läuft aktuell komplett, ohne dass irgendwie, also dieses Battle of AI bringt aktuell überhaupt kein Geld ein. Es ist keine Werbung drauf. Es kostet nichts, es zu spielen. Deswegen bin ich natürlich immer dankbar über Unterstützung. Aber, ähm, ja. Ähm, genau. Und das ist eigentlich auch alles, was ich erzählen wollte jetzt gerade mal. Wie immer gilt, lest bitte die Beschreibung durch. Falls ich irgendwas vergessen habe und eine Frage sehr, sehr häufig kommt, dann werde ich die in die Beschreibung editieren. Weil, ein Video kann ich nicht editieren, die Beschreibung kann ich editieren. Und das war's von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.